Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren türkischen Füllfederhalter vorstellen und zwar den Skrix 419. Das ist eines der beliebtesten Modelle von Skrix und ich will euch ein bisschen was über die Firma erzählen. Ich werde natürlich den Füllfederhalter beschreiben, werde dann mit euch zusammen einen Schreibtast machen, dann werde ich Maße und Gewichte oder davor werde ich euch Maße und Gewichte benennen und dann werde ich euch sagen, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt am Skrix 419 und zum Schluss werde ich euch eine Empfehlung abgeben, ob ihr euch den zulegen solltet oder eher nicht und wenn ja, wo ihr den günstig bekommen könntet. Dann beginnen wir jetzt hier bei Ink Up Your Pen. So sieht die Packung des Skrix 419 aus, wenn ihr die bekommt. Ich habe die bei Skritura Elegante in den Niederlanden gekauft. Die Adresse ist www.skritura-elegante.nl. Den war damals im Rahmen einer 50% Aktion. Normalpreis liegt so bei 35 Euro und ab 100 Euro bieten die kostenfreien Versand an. Ich will an dieser Stelle gleich dazu sagen, wie immer in meinen Videos, ich bekomme weder von Skrix noch von Skritura Elegante in den Niederlanden irgendeine Provision, irgendeinen Bonus. Ich will euch einfach nur sagen, wo ihr diesen Füllfederhalter günstig herbekommen könnt. Ja, wie gesagt, das ist die Box. So sieht sie aus. Hier kann man schon durch die Pappe hindurch das Logo sehen von Skrix. Skrix ist die türkische Firma für Schreibgeräte. Hier ist nochmal die Modellbezeichnung. Der Name mag dem einen oder anderen komisch vorkommen. Ich habe es in meinem anderen Video schon dargestellt. Der geht auf die 30er Jahre zurück, der Name. Und zwar stammt da eigentlich die Marke aus Spanien. Aus Katalonien, um genauer zu sein. Von Escrivia, Schreiben, kommt dieser Name. Und der hat in den 30er Jahren, haben die in Al-Paseta, haben die Kugelschreiber hergestellt. Und in den 50er Jahren wurde die Marke in die Schweiz verkauft und danach in die Türkei. Und da werden seit 1964 eben jetzt verschiedene Schreibgeräte hergestellt. Das ist der größte türkische Schreibgerätehersteller. Und ja, besonders hier dran ist, ich werde es euch noch zeigen gleich, wenn wir das Ganze hier mal auspacken, die geben lebenslange Garantie auf ihre Produkte. Also die müssen sehr davon überzeugt sein, dass das was Vernünftiges ist, was sie da anbieten. Ja, hier kann man mal die Pappe abziehen. Dann kommt dieser, ich sag mal, fühlt sich so samtig so ein bisschen an. Hier die Schrift in Silbern ist so ein bisschen eingeprägt. Fühlt sich sehr gut an, samtig, edel. Hier unten nochmal die Bezeichnung des Modells. 419 Dolma Kalem Beyas. Ich bitte alle türkisch sprechenden Zuseher, meine Aussprache zu entschuldigen. Ich kann leider kein türkisch insofern. Ja, aber das ist die Modellbezeichnung. Dann machen wir die Kiste mal auf, mit einem schönen Scharnier. Dann seht ihr drin, schon in Samt ausgekleidet, hier oben der Schriftzug Skrix. Dann hier der Füllfederhalter. Ich lege den mal nebenhin. Hier seht ihr die Garantiekarte Lifetime. Da können wir auch mal die Box sehen. Das geht übrigens nicht raus. Hatte ich bei dem anderen schon dargestellt. Lifetime-Garantie auf Produktionsmängel. Habt ihr hier eine Garantiekarte dabei? Das finde ich sehr, sehr gut, dass hier eine lebenslange Garantie gegeben wird. Legen wir auch mal beiseite. So sieht der Füllfederhalter aus. Ich finde, es hat so eine klassische Form angelehnt an die 30er Jahre. Ich will euch mal einen Parker Parker zeigen. An den hat er mich nämlich erinnert. Könnt ihr euch in einem meiner anderen Videos anschauen. Wenn ihr euch die Stifte mal so ein bisschen gemeinsam anschaut, sind da schon deutliche Anleihen zu finden. Ich finde, das ist schon so ein bisschen oldschool gemacht, was mir sehr, sehr gut gefällt. Okay, also das ist der Parker Parker und das hier ist der Skrix 419. Übrigens eines der am besten verkauften Modelle von der Firma Skrix. Okay, ja, Maße und Gewichte. Der ganze Füllfederhalter wiegt hier, das ist ein Kolbenfüllfederhalter, mit Tinte befüllt 12,2 Gramm. Ist also eher ein Leichtgewicht. Ist hier Kunststoff, ein Resin, also ein Harz, was hier verwendet wurde zur Herstellung dieses Füllfederhalters. Er misst ohne Kappe, also in diesem Zustand, 11,8 Zentimeter mit aufgesteckter Kappe, was übrigens auch hier sehr gut geht und sich auch bei dieser Größe anbietet. Ihr seht es hier, bombenfest hält der 15 Zentimeter und im geschlossenen Zustand 12,4 Zentimeter. Dann schauen wir gleich mal, wie lange es dauert, die Kappe abzudrehen. Ja, knapp eine Runde müssen wir machen, sehr gut. Also der eignet sich auch, um mal schnell eine Notiz zu machen. Und was witzig ist, wenn er den hier so ein bisschen anschiebt, sag ich mal, dann dreht er sich auch ein Stück alleine zu. Okay, ja, dann kommen wir gleich zur Kappe. So, finde es sehr schön gestaltet, so ein bisschen wie, wenn wir das mal hier ein bisschen heranholen, wie so ein Geschenk sieht es aus, wie so eine Schleife obendrauf über dem S fürs Kriegs. Weiß nicht, so sieht man das, glaube ich, ganz gut. Also es sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Auch dieser goldene Clip, absolut funktionabel. Also wirklich hat genau das richtige Gefühl, sag ich mal, damit man ihn auch benutzen kann. Auch diese Farbkombination, gelb und gold, gefällt mir sehr gut. Gut, hier unten seht ihr nochmal Skricks. Ja, hier auch nochmal. Also dieser Abschluss, dieses Band hier unten, dieses goldene Metallband, auch sehr schön gemacht. Die Kappe selber an sich hier hinten ohne Innen, mal gucken, so sieht man es ganz gut. Ohne Innenkappe, sieht so ein bisschen vom Licht her aus, als wäre da eine Innenkappe, aber so wie, wenn man da rein... Doch, hier ist eine Innenkappe drin, ja. Hier ganz leicht mit einer Kunststoff-Innenkappe versehen. Ja, dann kommen wir zum Griffstück und zum Schaft. Lässt sich ja hier nicht zerlegen, ist ja, wie ich euch sagte, ein Kolbenfüllfederhalter, der hier oben bewegt wird. Mache ich jetzt nicht, weil ich ihn schon mit Tinte befüllt habe. Ich habe mich für Diamine Calligraphy Passion Ink entschieden. Ich finde, die passt ganz gut dazu, werde nachher sehen. Alles hier in Kunststoff gehalten. Feder können wir uns nochmal anschauen. Eine gold-plated, würde ich sagen, Feder. Von hier auch gebrandet mit Skricks. Und unten drunter dem Füllfederhalter mit der Federspitze. Sehr schön gemacht. Ansonsten keine Bezeichnung drauf. Auf der Herstellerseite werdet ihr sehen. Es handelt sich hier um eine M-Feder, um eine mittlere Feder. Ich glaube, der wird auch mit gar keiner anderen Feder verkauft, der Skricks 419. Ja, soviel zu den Bestandteilen. Alles hochwertig verarbeitet. Keine scharfen Teile dran. Schraubt sich auch sehr gut auf. Alles wirklich wirkt wie aus einem Guss. Es ist ein eher kleiner Füllfederhalter. Wenn ihr den hier so in meiner Hand seht, dann merkt man schon, das ist jetzt kein Riese. Aber der bietet sich halt auch an, wenn man größere Hände hat, so wie ich. Den, ich muss den erstmal hier wieder ein bisschen hineinbringen. So, den dann auch aufgesteckt zu benutzen. Ja, soviel zum Skricks 419, zu der Beschreibung und zur Firma. Und dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest mit dem Skricks 419. Hier bietet es sich an, die Kappe mal aufzustecken. Also, wir haben hier vor uns den Skricks 419 in gelb. Die Tinte ist, achso, halt eine M-Feder. Habe ich noch ganz vergessen. Eine M-Feder. Die Tinte ist Diamine. Calligraphy Passion Inc. Das Papier ist Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt mal hören, wie der Füllfederhalter über das Papier gleitet. Ich finde, der schreibt sich ganz fantastisch. Also, seidenweich, gleitet super über das Papier. Keine Beeinträchtigung. Lassen wir einen Moment offen. Schnelles Schreiben. Mal gucken, ob er gleich anschreibt. Ja. Auch sofort da. Keine Aussetzer, keine Unterbrechungen. Alles so, wie es sein muss. Sehr schön. Verkehrt herumschreiben. Ja, nicht wirklich schön. Sehr kratzig. Aber er hält durch. Aber nicht sehr angenehm. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variationen in die Feder hineinbekommen. Ja. Ich finde, das gelingt ganz gut. Wenn man sich das hier anschaut, hier sich anschaut. Also, da ist schon Variationen drin. Oder hier. Sehr schön. Tintenfloss. Auch sehr gut. Also, ein wirklich gelungener Füllfederhalter, der sehr schön schreibt. Auch nach kurzem Offenlassen mit Anschreiben kein Problem hat. Sofort da ist. Liegt gut in der Hand. Auch wenn es eher ein kleiner, schmaler Füllfederhalter ist. Also, wie gesagt, erinnert mich so ein bisschen an die klassischen Füllfederhalter der 30er Jahre. Parker Parker ist so da, wo ich zuerst dran denke. Auch wenn er mit dem nicht vergleichbar ist. Ist wirklich ein sehr angenehm zu schreibender Füllfederhalter. Eines mir bisher wenig bekannten Herstellers. Sehr gut. Okay. Dann kommen wir als nächstes dazu, dass ich euch sage, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Skrix 419. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Skrix 419? Also, mir gefällt sehr gut, dass es eine lebenslange Garantie gibt. Und ich zeige euch hier den Füllfederhalter nochmal. Für einen Füllfederhalter von 35 Euro eine lebenslange Garantie auszusprechen, finde ich, ist schon, zeugt von absolutem Selbstvertrauen in das eigene Produkt. Finde ich sehr gut. Das einzige, was man hat, sind Portokosten. Man muss ihn hinschicken, dann kriegt man ihn repariert zurück oder kriegt einen neuen Füllfederhalter geschickt. Das finde ich sehr schön. Auch die aufwendige Verpackung, ich habe es euch gezeigt, ist auch als Geschenk geeignet. Ist ein schönes Teil. Sieht sehr gut aus. Aufwendig gemacht mit dieser lebenslangen Garantie. Also, kann man wenig falsch machen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist dieses Oldschool-Design. Ich habe euch gezeigt, den Parker Parko aus den 30er Jahren daneben. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und dieses Oldschool-Design mag ich auch. Ich mag auch Kolbenfüllfederhalter. Das Schreibgefühl mit der, ich gehe mal davon aus, Goldplated-Feder sehr, sehr gut. Gibt es nichts daran auszusetzen. Tintenfluss sehr gut. Oldschool-Design gefällt mir auch sehr. Ich habe eigentlich nichts auszusetzen. Der eine oder andere wird sagen, ja, der ist mir zu leicht mit seinen 12,2 Gramm. Okay, ja, aber das ist ein subjektives Gefühl. Das ist kein eigentlicher Makel. Ich finde, hier hat Skrix, der türkische Hersteller Skrix, einen sehr, sehr guten Füllfederhalter hergestellt. Und ich kann jetzt auch sagen, warum das mit zu den bestverkauften Exemplaren wohl zu gehören scheint. Weil es einfach ein toller Füllfederhalter ist. Würde ich mir wieder kaufen? Ja, würde ich, weil ich ihn auch sehr günstig bekomme. Ich habe ihn im Rahmen einer 50%-Aktion von Skritura Elegante. Die finden sich im Internet unter www.skritura-elegante.nl und ich werde das auch nochmal in den Bemerkungen hinterlegen. Da könnt ihr euch das anschauen. Ich bekomme weder von Skrix noch von Skritura Elegante irgendetwas dafür, dass ich die hier nenne. Ich will euch einfach nur sagen, die haben ab und zu mal Aktionen. Müsst ihr euch mal anschauen. Für 50%-Aktionen ein absolutes Schnäppchen, aber auch für einen vollen Preis von ca. 35 Euro ist es durchaus zu überlegen, wer Oldschool-Füllfederhalter mag, wer da drauf steht, wer die alten Modelle mag. Der hat mit dem Skrix 419 durchaus einen interessanten Füllfederhalter und mit Lebenslagengarantie kann man auch wenig falsch machen. Ja, wie sind eure Erfahrungen? Was haltet ihr vom Skrix 419? Kennt ihr die Marke? Habt ihr andere Modelle von der Marke, die vielleicht ähnlich gut sind oder ganz anders sind? Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.